Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hab dich neulich nachts gesehen. Haben wir dich angemacht? Erzähl mir von deinen Fantasien. Was willst du, dass ich für dich tue? Unsere Frauen scheinen sich ja gut zu verstehen, oder? Wer will schon sein Leben lang immer mit derselben schlafen? Jim, du und Claire, ihr seid Swinger. Also, das ist wie Dating, aber du bist verheiratet. Du siehst gern zu. Oh, ja. Macht Lust auf mir. Zeit, die Blümchenwelt zu verlassen. Willkommen zum Potspings Wormelder! Also, können wir einfach tun, was wir wollen? Ohne Riegel? Es wird immer reißen. Na dann los. Sag mir, was du willst. Ich mach alles, was deine Frau nicht tut. Wir sind immer durch, oder? Wenn du das möchtest. Ich verstehe echt nicht, wie Jim und du das schafft. Das sieht so leicht bei euch aus. Jedes Paar hat seine Regeln. Wenn Gefühle im Spiel sind, dann wird es schwierig. Du hast mich belogen. Du hast ne Affäre. Ich hättest dir sagen müssen. Alles ist jetzt anders. Du kannst die Bilder nicht, die ich im Kopf habe, löschen. Du kannst die Bilder nicht, die ich im Kopf habe, löschen.